Ich bösse ich dir großes Interesse an dieses Trikot Kaufe ich für 20 Euro und sie können morgen vorbeibringen gern Moin, nichts für Unmut Aber für 20 Euro bekommst du nicht mal die Hälfte des Trikots Und ich bin auch kein Lieferservice Du müsstest es denn dann selber abholen Oder ich verschicke es, liebe Grüße Du Mädelschwera, Saukupfers bildest du dir ein, so zu verlangen Unfassbar, du Scheiß, woher willst? Bestimmt 100 Euro für so'n Mist ich Nein, danke, lass mich nicht verarschen von so'n 50 Hätt ich noch bezahlt, aber so Will ganz bestimmt mich und Tschüssi hol dir, ne? Ja gut, was soll ich dazu noch sagen? Mehr als 45 Euro will ich da nicht für das Trikot Aber ihr Pech Hallo, es tut mir leid, dass ich so war Und dich an mir klicken hab persönlich War nicht gut auf Therapiemoment, weil ich zu sehr schnell auslasten Und das ist nicht gut Ich weiß, dass du richtig korrekt bist Du gute Mensch bist Also ich würd mich ehrlich freuen, wenn du die Chance gibst Ist es 45 zu kaufen Und vielen Gruß Nein, danke, ich werde das Trikot an jemand andern verkaufen Schönen Tag noch Sie miese Kleider Kapitze, wenn ich wüsste, wo sie wohnt Will ich herkommen und ihnen das Trikot klauen Und dann auf Essen, dann können sie nichts mehr verlangen dafür Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.